Hallo zu diesem Übungsvideo zum Thema Funktionsscharen. Bei dieser Aufgabe haben wir eine Funktionsschar fa von x gegeben. a ist dabei der Schar-Parameter. Und wir sollen jetzt prüfen, ob die Funktionen g von x und h von x zu dieser Funktionsschar gehören. Übrigens, weitere relevante Lektionen und Übungen zu Funktionsscharen findest du über die Links, die ich hier oben einblende. Okay, wie prüft man jetzt, ob die Funktion g ein Exemplar der Funktionsschar fa von x ist? Wir sehen schon auf jeden Fall, dass beide Funktionen eine ähnliche Struktur haben. Wir haben einen Summanden mit x², wir haben einen Summanden mit x und wir haben ein absolutes Glied. Was wir daher machen können ist, dass wir die Koeffizienten von x², von x und auch das absolute Glied in beiden Funktionen vergleichen. Also einmal den Koeffizienten von x², den Koeffizienten von x, wobei hier natürlich der Koeffizient 1x ist und das absolute Glied. Und wenn wir dann feststellen, dass wir mit dem selben Wert von a jeweils die entsprechenden Koeffizienten in unserer Funktion g generieren können, dann wissen wir doch, dass g ein Vertreter dieser Funktionsschar ist. Für den Koeffizientenvergleich nehmen wir jetzt den Koeffizienten von x² und setzen die beiden gleich. Also a minus 1 gleich 3, dann lösen wir nach a auf und für a gleich 4 hat dieser Koeffizient den gleichen Wert. Als nächstes vergleichen wir a durch 4 mit 1 und wenn wir nach a auflösen, erhalten wir ebenfalls a gleich 4. Zum Schluss vergleichen wir minus 2 durch a mit minus 0,5 und wenn wir nach a auflösen, dann erhalten wir ebenfalls a gleich 4. Und so haben wir doch gezeigt, dass wenn wir in unserer Funktionsschar für a gleich 4 einsetzen, dann erhalten wir unsere Funktion g. Wir können also schreiben, f4 von x ist gleich g von x. Der Index 4 bedeutet ja, dass man für a 4 eingesetzt hat. Also können wir folgern, die Funktion g gehört zur Funktionsschar f a. Für die Funktion h verfahren wir analog. Aus dieser Zeile ergibt sich a ist 3 halbe. Wenn wir dann diese Zeile nach a auflösen, können wir erstmal überkreuz mit dem Nennermal nehmen. Dann kriegen wir 8a gleich 12, also ist a gleich 12 Achtel und gekürzt mit 4 ist das ebenfalls 3 halbe. Dann zur letzten Zeile, überkreuz mit dem Nennermal genommen, erhalten wir minus 8 gleich minus 3a. Dann teilen wir durch minus 3a und wir erhalten a ist gleich 8 Drittel. Und weil wir jetzt nicht überall denselben Wert für a erhalten, heißt das ja, dass es keinen Wert für a gibt, der aus f a die Funktion h machen könnte. Und das bedeutet ja, dass die Funktion h nicht zu unserer Funktionsschar f a gehört. Diese Methode des Koeffizientenvergleichs ist eine wichtige Technik, die auch in anderen Problemstellungen zum Einsatz kommen kann. Und wenn dir das Video geholfen hat, dann gib dem doch bitte einen Daumen hoch. Und falls noch nicht geschehen, abonniere meinen Kanal und klick auf die Glocke, damit du auch in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Denn das ist der Kanal, der dich durch die Oberstufe bis zum Abi bringt. Ich würde mich auch freuen, wenn du meinen Kanal unterstützt, indem du meine Videos mit deinen Mitschülern und Freunden teilst. Und du kannst den Kanal durch dein Feedback, Videowünsche und Anregungen mitgestalten immer rein damit in die Kommentare. Und besuch mich mal auf Instagram und Co. von Mathehoch13 und folge mir auch dort. Ansonsten viel Spaß und Erfolg weiterhin beim Lernen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.